Weißt du eigentlich woher dein Strom kommt? Von fossilen Energieträgern oder von erneuerbaren Quellen wie Wind, Wasser oder Sonne? Diese erneuerbaren Energiequellen spielen eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Klimaneutralität. Dazu kann jeder etwas beitragen. Auch wir von XXXLutz. Mit X-Power bringen wir 100% regionalen und preiswerten Ökostrom aus Österreich in dein Zuhause. Unser Ziel ist, als Stromanbieter ein Ökosystem für Ökostrom aufzubauen. Dafür statten wir bereits laufend unsere Filialen, Lager und Servicecenter mit Photovoltaikanlagen aus. Den gewonnenen Solarstrom geben wir dann an unsere X-Power Kunden weiter. Also hoffentlich bald auch an dich. Wieso du dich für X-Power entscheiden solltest? Mit X-Power genießt du viele Vorteile. Du beziehst 100% erneuerbaren Ökostrom. Regional aus Österreich. Zu einem attraktiven Tarif. Für eine sichere Versorgung arbeiten wir mit dem Energieversorger Max Energy zusammen. Deinen Tarif kannst du einfach über das X-Power Online Portal managen. Und das Beste, du leistest einen wertvollen Beitrag zur Energiewende. Gegen eine finanzielle Vergütung kannst du selbst überschüssigen Strom aus deiner Anlage einspeisen und so zur Energiewende beitragen. Und unsere Vision geht noch weiter. X-Power ist nur ein Teil unserer Nachhaltigkeitsinitiative XXXL for Tomorrow. Darüber hinaus wollen wir mit weiteren Maßnahmen die Zukunft nachhaltig mitgestalten. Mach auch du deinen Haushalt nachhaltiger und wechsle in nur drei Schritten zu X-Power. Auf X-Power.at. Deinen Tarif berechnen, online anmelden und zurücklehnen. Wir übernehmen den Wechsel von deinem alten Stromversorger für dich und kümmern uns um alles weitere. So einfach geht Ökostrom mit X-Power von XXXLutz.